Ich habe ja mitbekommen, dass viele Menschen Horizon Forbidden West ziemlich gut finden. Ich habe das Ding im Februar nicht sofort gespielt, sondern erst zuletzt die letzten zwei, drei Monate viel. Und ich habe es jetzt an diesem Wochenende abgeschlossen, 104 Stunden und die Platin-Trophäe erbeutet. Und ich erzähle euch jetzt mal, warum alle anderen nicht recht haben. Nein, Quatsch, warum Horizon Forbidden West meiner Ansicht nach diese Lorbeeren nicht verdient. Warum es ein nur gutes Spiel ist. Mal zum Hintergrund, weil kann ja jetzt irgendwie jeder, der herkommt, sagen, dieses Spiel taugt mir nicht oder so. Aber ich habe eigentlich alle Assassin's Creed der letzten Jahre rauf und runter gespielt. Ich habe Breath of the Wild gespielt. Ich habe auch Bio-Mutant gespielt. Ich habe Ghost of Tsushima gespielt. Also ich mag diese Art von Spiel sehr, sehr gern in den letzten Jahren. Und ja, ich habe mir halt überlegt, warum habe ich jetzt deutlich weniger Spaß mit Forbidden West als offensichtlich viele meiner Kollegen, viele der User dort draußen. Ich muss zunächst natürlich nochmal ein bisschen zur Technik eingehen. Denn die wurde vielfach gelobt. Die Engine von Garia kann ja was. Das haben wir auch schon in anderen Titeln gesehen. Und auch schon Zero Dawn sah exzellent aus. Also dieses Spiel sieht wirklich absolut fantastisch aus. Die Dino-Modelle, die Rüstungen der Stämme, der Krieger, Aloy selbst, die Welt des Gras. Manchmal wähnt man sich gefühlt in einem Animationsfilm. Also sieht man mal von Ratchet ab, das auf einer PS5 in Details ähnlich stark aussieht, finde ich das wirklich eine absolute Sensation, was Garia da gemacht hat. Allein schon deswegen irgendwie Shenmue, Gears of War, Far Cry, die Alten. Es gibt halt ein paar so Dinge, die man einfach irgendwie als Spieler nicht vergisst. Die die grafische Messlatte irgendwie nochmal einen Tick höher gelegt haben. Und da zählt jetzt für mich auch wirklich Forbidden West dazu. Also allein deswegen waren die 100 Stunden sicher nicht verschenkt. Aber es hat mir halt lange nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey. Auch bei weitem nicht so gut wie in Breath of the Wild. Zunächst muss ich mal sagen, weil gefühlt in meiner Wahrnehmung ein Forbidden West nicht so viel Kritik abbekommen hat, wie jetzt das typische Ubisoft-Spiel. Also ein neues Far Cry kommt raus, die Hälfte des Internets weint erst mal, dass Far Cry ja eh kacke ist. Wieder diese blöde Ubisoft-Struktur mit den Türmen, mit dieser Freischaltmechanik und wieder eine Map mit einer Milliarde Icons. Also wer das Ubisoft vorwirft, der darf eigentlich Forbidden West nicht spielen. Weil da gibt es so viele Dinge. Es ist wirklich für mich diese typische Ubisoft-Struktur, die ich eigentlich eher gern mag. Aber in dem Fall finde ich sie einfach relativ uninspiriert runtergebetet. Es gibt kleine Räuberlage, es gibt große Räuberlage, es gibt tausend Sachen zu sammeln. Es gibt diese Metallblumen, bei denen man ungefähr 40 Stunden lang denkt, ja, was mache ich hier? Und dann bekommt man ein Tool, dann kann man überall nochmal hingehen und die dann halt irgendwann doch öffnen. Nach jedem Bossfight laufe ich erst mal rum, mache fünf, sechs, acht Kisten auf. In jedem sind mal zwei, mal zehn Sachen drin. Es ist völlig beliebig, wie viel ich auflese. Ich schaue gar nicht mehr nach, was ich bekomme. Also es ist auch dieser Überfluss und diese Vielzahl an Mechaniken und Collectibles und Crafting-Substanzen, die ineinander greifen, die, wie gesagt, die Ubisoft-Formel jetzt nicht im schlechtesten Sinne, aber doch in ziemlich exorbitantem Sinne runterbeten. Und ich finde, wenn man es bei Ubisoft kritisieren kann, wenn man sagt, bei Far Cry packen sie das rein und bei drei anderen Spielen auch noch, dann finde ich, darf man das bei Forbidden West auch anführen. Ich habe auch überlegt, warum es mir eher einen Tick schlechter gefallen hat als der Vorgänger. Ich fand die Story in Zero Dawn einfach ein Stück besser. Sie haben natürlich auch den Vorteil gehabt, dass sie das mal die Welt erklärt haben, dass sie da, ja, ich verrate nichts, keine Sorge, aber dass sie da so eine große Enthüllung hatten, was passiert war. Diesmal ist es mehr so Schema F. Es geht weiter mit Aloy, sie sammelt neue Verbündete, es gibt eine neue Bedrohung und sie zieht eben ein neues Land aus. Auch das fand ich ein bisschen suboptimal. Und was ich wirklich schwierig fand, ich musste am Anfang viel nachdenken, wer was ist. Also ich habe Zero Dawn und Frozen Wilds, den DLC, auch über 100 Stunden gespielt. Also ich habe auch wirklich vom Vorgänger alles gespielt, aber es ist schon echt eine ganze Sache, was da alles passiert ist von Elizabeth Sobeck und Ted Farrow in der Vergangenheit, welche Stämme was gemacht hatten, was bei den roten Raubzügen passiert ist und, und, und. Und nichts wird dir erklärt. Also du hast am Anfang diese Einführungsmission mit Koop so ein bisschen, also ist halt ein NPC dabei, Val, der dir das Spiel so ein bisschen zeigt. Dann gibt es den Bossfight gegen, ich glaube, einen Schlängelzahn, also so ein Schlangenmonster, kulminiert dann ein bisschen. Dann ist es nicht so wie in anderen Spielen, dass sie dir alle Fähigkeiten wegnehmen, aber dann ist so das Präludium vorbei und du wirst in die offene Welt geworfen. Und ich habe, obwohl ich das Vorgängerspiel sehr lange gespielt habe und obwohl ich mich jetzt nicht für besonders doof halten würde, dass ich Spiele-Stories immer nach fünf Sekunden wegdrücke oder so, ich schaue mir das schon immer an, ich habe erst mal nichts gecheckt. Und dann kommt auch dieser zweite Downer in der Struktur, dass sie dir das Eröffnungsgebiet geben, aber wieder nicht das ganze Spiel. Also natürlich, ich verstehe, in einem Open-World-Spiel kann man auch mal ein bisschen was zurückhalten, aber dann gibt es noch mal so eine, ja, irgendwie so ein Canyon, wo wieder Horizon in klein stattfindet. Dann muss ich erst mal ein paar Mini-Aufträge machen, dass ich irgendwann zu so einer großen Wand mit einem Tor kommen kann und dann kann ich erst wieder durch. Und auch das fand ich von der Struktur, ich war halt irgendwie nach fünf Stunden schon ein bisschen genervt. Und wenn es nicht so gut ausgesehen hätte, ich glaube, ich hätte da schon aufgehört. Also das fand ich schon, ja, einen ziemlich suboptimalen Einstieg. Ich finde auch, dass das Kämpfen, das ist ordentlich, funktioniert alles gut. Man schießt meiner Ansicht nach viel zu viele Pfeile, also man schießt Pfeil, Pfeil, Pfeil. Die Fallen werden wieder, es wird wieder nicht verlangt, wie im Vorgänger, dass man die Fallen gescheit einsetzt. Es gibt später Waffen wie so eine Art, den Stachelwerfer mochte ich sehr gern, das war so eine Art Explosiv-Sperr, den fand ich gut. Aber viele der Waffen, den Häcksler-Handschuh, wie das alles heißt, und auch die, ja, so eine Art Schnellfeuergewehr, plus es gibt so ein Tool, wo man Kanister an Gegner schießen kann, also einen Säurekanister, da muss ich mit einem Säurepfeil draufschießen. Dann explodiert er, dann habe ich diese Statuseffekte bei den großen Dinos. Ich habe mich nie richtig wohl damit gefühlt, mit einem Großteil dieser Waffen. Letzten Endes habe ich einfach viel zu viel mit Pfeilen auf viel zu große Dinos geschossen. Das hat dann auch oft lange gedauert. Aber das Spiel hat es wieder nicht geschafft, wie auch der Vorgänger, mich zu motivieren, auch mich zu animieren, dass ich diese Tools, die ich habe, diese Toolsets bis auf Schleichen, und wenn ich entdeckt werde, dann schieße ich eben 300 Mal mit verschiedenen Pfeilen drauf, fand ich wirklich nicht optimal. Was mich auch noch gestört hat, ist das Aufleveln und das Craften. Beim Aufleveln auch da, ich würde mal sagen, ich bin schon ein halbwegs erfahrener Spieler, aber es gibt nicht nur einen Baum mit Upgrades, sondern es gibt sechs Bäume, wo ich die verschiedensten Funktionen und Sachen von Aloy aufleveln kann. Am Anfang versucht man natürlich, sich ein bisschen in eine Richtung zu entwickeln. Ich weiß, ich stelle wenig Fallen, also habe ich die Sache mit dem Talentbaum, mit den Fallen links liegen gelassen und habe dann halt andere Dinge gemacht. Aber irgendwann, vielleicht so nach 20, 30 Stunden, habe ich gemerkt, ich nutze das alles nicht. Also wenn ich dann neue Funktionen freischalte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die auslöse, was ich da alles kann. Und deswegen habe ich dann versucht, eher passive Sachen, also Sachen, die mir dann dauerhaft, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben oder Sachen, dass ich einfach meine Zusatzfähigkeit schneller wieder einsetzen kann. So passive Buffs habe ich dann irgendwie eher in die Richtung gelevelt. Das ging schon alles. Am Schluss, nach 100 Stunden, waren dann auch vier von den sechs Talentbäumen ganz voll, zwei waren dreiviertel voll. Also ich habe auch dann wirklich eigentlich alles gehabt, alles theoretisch verfügbar gehabt, aber so richtig genutzt habe ich es viel zu selten, finde ich. Und weil ich Crafting schon angesprochen habe, man bekommt in diesem Spiel ja Millionen von Items gefühlt. Es sind natürlich nicht Millionen, aber es sind wirklich Tausende. Und wenn ich dann eine neue Rüstung habe oder eine neue Waffe mir wo gekauft habe oder die in einer Quest bekommen habe als Belohnung, dann konnte man ja jede von diesen Rüstungen drei oder oft sogar fünf Stufen noch aufbessern, Waffen, Rüstung und alles. Und ganz oft war dann, ich habe eine neue Sache, ich kann die in fünf Stufen aufleveln, level die erste auf und bei der zweiten bräuchte ich schon wieder ein Material. Ich habe Tausende von Items, die ich schon eingesammelt habe. Und die drei, die ich natürlich da für diese Auflevelsache brauche und auch fürs Level 3 und fürs Level 4 und fürs Level 5, muss ich dann mühsam mir in der ganzen Welt zusammensuchen, weil natürlich die eine Rückenspule von dem Triceratops 23, die hatte ich nicht. Es gibt so viele verschiedene Gegner, in so viel Klein-Klein brauche ich dann diese Items von denen. Auch das hat mich ja nicht gerade motiviert. Man ist später in so einer Art Hauptquartier, wo dann auch andere Leute sind, die einem helfen. Das Layout von diesem Hauptquartier, ich habe nach wirklich, man kehrt da oft dahin zurück, ich habe nach Stunden immer noch nicht gecheckt, in welchem Raum was ist. Man muss jedes Mal dumm rumlaufen oder diese Brotkrumen-Sache halt irgendwie dazuschalten, dass einem noch deutlicher gezeigt wird, wo man langen muss. Alles in diesem Spiel wirkt poliert, wirkt technisch auf dem neuesten Stand und dann haben sie halt ein paar so wirklich Klopse drin, wie eben dieses saublöde Hauptquartier, wo man sich schlecht auskennt, wo man immer wieder gezwungen ist, die gleichen Räume abzuklappern, nur mit dem zu reden und mit dem zu reden. Das fand ich schon ziemlich ein Downer. Einer meiner größten Kritikpunkte im Vorgänger, dass es kein freies Klettern hatte, also Aloy konnte sich an bestimmten Dingen hochziehen, aber wenn halt eine größere Felsformation da war, wo die Entwickler sagten, da geht es aber nicht hoch, dann konnte man nichts machen, während ich bei Zelda, bei Breath of the Wild, wunderbar überall hoch konnte. Und diesmal haben sie so ein Hybrid geschaffen, also man kann sich mit dem Druck auf den rechten Stick anzeigen lassen, welche Kletterlinien an allen Felsen, an allen Gebäuden oder so, wo ich hoch kann. Und sprich, es ist halt irgendwie so ein dummes Vehikel. Ich kann nicht überall hoch, aber ich muss immer schauen, wo ich gerade hoch kann. Und wenn ich dann hoch kann, dann geht es auch einigermaßen, aber auch dann war ich nie sicher, hänge ich jetzt gerade an der Kante, wo es nicht weitergeht, ist gerade Aloy zu dumm, sich hochzuziehen, mal springt sie in einen super Boulder Jump, wo sie sich mit einer Fingerkuppe irgendwie hält und mal ist sie drei Zentimeter von der Kante und kann sie nicht hochziehen. Also auch da finde ich eines Triple-A-Spiels, eines Super-Duper-Spiels irgendwie nicht würdig. Ich finde, dieses Spiel hatte von vielem einfach zu viel. Wie gesagt, es gab die großen Bandenlager, es gab die kleinen Bandenlager, es gibt 300 Lagerfeuer, also Teleportationspunkte, die man entdecken und Schnellreise, wo man dann Schnellreise machen kann. Es gibt dann noch zusätzlich Unterschlupfe, also zu viel Crafting-Materialien, zu viele verschiedene Sachen, die man aufsammelt, zu viele Lagerfeuer von allem. Und ich habe auch in Assassin's Creed Odyssey 120, 140 Stunden gespielt und auch da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, noch ein 34. Räuberlager, aber ich fand es da einfach nicht so beliebig und nicht so anstrengend und nicht so austauschbar. Also ist alles schlecht in Forbidden West? Nein, natürlich nicht. Und sind alle Leute doof, die damit Spaß haben? Nein, gar nicht. Gönne ich euch allen. Aber ich finde wirklich, dass da die Diskrepanz zwischen sieht fantastisch aus, mutet an wie dein nächster Open-World-Traum und ist eigentlich ein relativ überschaubar, nur ordentlich gutes Spiel. Finde ich da ziemlich hoch. Ich hatte schon Spaß. Ein paar dramaturgische Sachen in der Story waren auch schön. Ein paar Gefährtennahmen waren mir irgendwie sympathisch. Aber generell, ich wurde bis zuletzt nicht so warm damit, wie man denken könnte, der spielt das Spiel 100 Stunden, holt die Platin-Trophäe. Also es ist ja aus nichts, was ich irgendwie nebenher mache. Ich wurde bis zuletzt nicht richtig warm damit. Wahrscheinlich werde ich einen dritten Teil, nicht den VR-Teil, sondern irgendwann kommen einen dritten Teil auch wieder spielen, wenn es wieder so gut aussieht. Aber also 88% Metacritic oder 90% whatever, Leute, da kann ich echt nicht mitgehen.